Süße Nuss von Billie Lourd, ist erneut Mutter geworden. Was für eine süße Verkündung. Die US-amerikanische Schauspielerin Billie Lourd, 30, und ihr Mann Osten Rydell machten kein Geheimnis daraus, wieder Nachwuchs zu bekommen. Immer wieder posierte die Beauty mit ihrer Kugel in Kohlen-Outfits und setzte ihr runde Körpermitte gekonnt in Szene. Doch Babybauchbilder wird es sowohl erst mal nicht mehr geben. Denn Billys zweites Baby hat das Licht der Welt erblickt. Tatsächlich wurde das nicht von den Eltern bestätigt, sondern von Billys Vater. Also dem Opa des Neugeborenen, Brian Lourd. In dem Format Varietysteal Makers Breakfast plauderte er aus, meine Tochter hat gestern ein Baby bekommen. Er selbst sei auch schon im Krankenhaus gewesen und konnte das kleine Wesen wohl kennenlernen. Anscheinend konnte er die niedlichen News auch einfach nicht für sich behalten und wollte sein Glück mit der Welt teilen. Alles ist super. Wenn ich etwas vom Thema abkomme, dann liegt es an dem Adrenalin. Führte Brian aus. Weder Billie noch Osten meldeten sich bisher zu den Baby-News. Wahrscheinlich genießen Sie erst einmal die Kennenlernzeit mit Ihrem Wunder.